So Freunde, wir sind hier in Oviedo, Spanien angekommen. Hört mal die Musik. Ich hoffe, ihr hört die auch. Klingt total geil. Guck mal hier schön in die Berge. Kann man da hinten im Hintergrund gucken. Das ist total klasse. Ein tolles Hotel. Der Harry ist voll im Stress gerade. Der baut auf. Total klasse. Wir genießen noch ein Cappuccino und gleich geht's zum Soundcheck. Wir können ja mal runter gucken, wie die Stadt so aussieht. Wunderschöne Eigentumswohnung im Hintergrund, wie ihr seht. Ja, wunderschöne Eigentumswohnung. Toll. Und auch hier ganz tolle Stadt mit ganz vielen historischen Bauwerken. Also ich finde es toll, aber auch hier, ganz ehrlich, das ist ein geiles Hotel. Das ist ein iBis, ein ganz normales iBis, aber irgendwie ganz cool mit so schönen Blümchen da dran und so. Also von daher, perfecto. So, gleich geht's weiter. Soundcheck, aber erstmal Cappuccino trinken. Haut rein. Tschüsschen.